Kadeo mit zwei Bösen von Dusen Incoming, let's go, Diesel. Moin Alex, moin Daro. Angeschrieben die ganze Woche, was ist denn los, Manu? Hast du die Krippe, oder was? Das freut mich, Prapp. Moin Daro. Keine noch am Maluch. Ich hoffe nicht zu viel zu tun, deswegen auf Entspann-Business-Team gucken. Und Pronchitis, da wünsche ich dir ne gute Besserung, mein Freund, Manu. Gute Besserung, Frozy. Gute Besserung an alle, die krank sind. Und Moin Hansen. Oh, wie hat denn der in der Platte trifft? Witzig. Ich versuch's halt wegzulaufen. Da haben meine Claymore gelaufen. Oh. Oh. Oh, diese Dings. Facken sie ab, weil man einfach nichts sieht. Ja, ja, Krankheitswelle ist immer ein Klassiker. In Deutschland vor allem. Muss ehrlich sein, nachdem ich hier auf Malta wohne, bin ich so viel seltener krank. Weil, ich glaube, das hat auch mit der Luft zu tun, einfach, ne? Ich weiß nicht, ob es dafür irgendwie einen medizinischen Ansatz gibt. Was hat denn der hier geschossen? Ah. Hat der gerade irgendwas gesagt mit die Katze Jumpscare, ja, ne? Er hat einen Jumpscare bekommen oder so. Der Prä. Warum kann man da manchmal wallbangen und manchmal nicht? Nick da mehr. Nick da mehr. Nick da mehr. Och, dicker, ja, wahrscheinlich kommt da wieder irgendein anderes Team auf mich hochgelaufen. Oh klar, ist sogar dasselbe Team. Alles gut. Vier, danke für den Gegiften. Zapp an Paluschki. Eins von zwei böse Franzosen. Eins von zwei. Das stimmt. Das kann jetzt nicht wahr sein, oder? Ach, Bro. Ach, Bro. Ach, Bro. Ich hab so Pech. Warum hab ich immer so Pech? Warum ist da ne S-Mine, Digga? Hm. Warum ist da ein Bouncing Betty, Dude? Warum ist es da, Dude? Ich weiß nicht. Ich glaube, es wird schwer mit vier Stunden zu streamen. Die Challenge steht auf wackeligen Füßen. Viel Spaß, Steiner. Oder gutes Gelingen, eher. Das Krasse ist, man macht die Seelen so schnell, theoretisch könnte ich mich jetzt einfach umbringen und hätte full Seelen, ne? Geht echt flott. Way Out gespielt? Ne, hab ich noch nicht. Ist das nicht das, ähm, was man zu zweit spielt? Oh, ich hab noch nie gesehen, dass ein Luftraum überfüllt ist wegen einem Cluster. Ja, moll. Kann ich einfach nicht wallbangen, oder was? Feindliche Drohne aktiv. Ja, bitte Feuermission. Ziel manche. Ich wollte gerade sagen, das muss ja jemanden nocken. Surprise, Motherfuckers. Was? Ich hab ihm das gerade durch die Beine geworfen. Hast du das gesehen? Einfach getunnelt. Seine Teammates kommen. Die sind auch sauer, glaube ich. Oh, oh. Sind doch wieder ein bisschen verkrackt aus. Digga, tötet einfach fast mich aus Versehen, oder so. Was war das denn? Rocket Bunny einfach. Wennt ihr Rocket Bunny? Ich auch nicht. Oh, ich wollte nicht mal eine Ausrüstungslieferung kaufen. What the fuck? What the fuck? Warum war ich gerade one shot tot von einem Wurfmesser? Warum war ich gerade one shot tot von einem Wurfmesser? Auf dem Kopf? Ah, na dann. Dann definitiv ein Skill Issue von mir, der meinen Kopf trifft. Da steckst du nicht drinnen, natürlich. da nehmen ist natürlich ein Skill Issue. was geht hier eigentlich ab? Daumen, äh, tut momentan wieder ein bisschen mehr weh, aber wie gesagt, das ist mal so, mal so irgendwie. Aktuell tut der wieder gerade ein bisschen mehr weh, aber es war auch schon mal schlimmer von dem her. Ja. Das ist wie gesagt, mal so, mal so irgendwie. Danke der Nachfrage. Hier geht's manchmal echt krass ab, ja. Oh, da hätten's ein ganzes Team oben oder was? Ich glaube, leider nicht mehr Manuel, aber wie gesagt, es gibt auch, es gibt auch Schlimmeres von dem her, also. Wenn es jetzt nicht immer noch schlimmer wird, dann ist es okay, I guess. wenn jemand hat mich hier gelootet. What the fuck? Hier liegen jetzt noch Waffen vor mir. Warum liegen die denn jetzt hier? Das ist der Typ, oder? Warum schießen denn jetzt schon wieder alle nur auf mich? Höchst. Oh, nice. Ey, das sind voll die coolen Lobbys, Chat. Das wird leider nichts mit vier Stunden. Ein paar Zucher, danke dir für die 28 mit Prime-Pody. Das ist das Endspielen. Ja, sie getroffen! Sei nicht vergessen, steig wieder an. Nein, nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. er hat das hier niemand gemacht oder was die ganze runde hatte niemand was gemacht da die haben alle ein einsatzschild da hinten ist das krank guck mal vier leute jeder hat ein einsatzschild guckt euch das an ich schwöre das ist so irre krank ist das irre alter da kommen wir noch mehr hoch dahinten müsste eigentlich ordentlich krachen der erst schweig Unter mir sind die, ne? Wer hätte das gedacht? Ich habe ja keine Frequenz, das dauert voll lange, das zu werfen, ne? Flinke Hände wäre besser, tatsächlich. Warte, der vielleicht flinke Hände als Perk? Pommes, Brotchen, danke für die 10 Monate mein Freund, dankeschön. Ich spiele 117 FW, da sogar im Schneider einfach 120. Wer hat die 20? Wer hat die 20? Wer hat die 20? Wer hat die 20? Dann sorgt er, der Luftflug nährt sich. Ihr habt es unter die besten Stütze gesehen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist so geil, Wurfmesser ist so geil in dem Spiel So wie vorhin Als jeder im Chat Kracher geschrieben hat Wenn der Typ mir einfach ein Wurfmesser in den Kopf hilft Und ich one shot tot bin Das ist so geil, Wurfmesser Glaubt ihr auf dem Dach war auf AFK Um ehrlich zu sein Ja, mit vollem Karten ist mein One-Shot im Kopf Mr.Mirror Danke dir noch für den frischen Prime-Sub Willkommen, danke schön Thank you, thank you, thank you Endgame besser als das Video, was ich mir gestern vor dem Schlafen angeschaut Was hast du für ein Video angeschaut?